Hallo, hallo, hallo. Ich habe den Streaming-Titel falsch. So, jetzt habe ich den richtig. So, ich wollte jetzt erst mal... ...die Bienen fertig machen. So. 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 die können wir dann auch noch machen Oh, so Can be here the Create Essence Oh Best So, let's see. Nice. Uh, creative? Oh. 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 Ähm. Also. So. 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 Oh. So. Oh, 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 duck. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Keine Pattern mehr. 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 Oh. Oh! Building. So. Product. Query. Query. Okay. Query. 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 Also Oh Machen wir die Quests fertig Und ich habe mir gestern ein bisschen was zu Gregg Tech angeguckt Alter Schwede Das ist Gestört Oh Woodfabrik Oh 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 Okay. One. Untertitelung des ZDF, 2020 Pepto-Bismol, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Pepto-Bismol, okay. Pepto-Bismol, okay. Pepto-Bismol, okay. Pepto-Bismol, okay. Pepto-Bismol, okay. Possessed Warden? Possessed Warden? Cursed Wardles hier, Sugarback Bee und Neo-Cucco Bee Danke wünsche ich dir auch, ich versuch grad ne Wannabe herzustellen, weil man mit der Encased Mobs abbauen kann, wie hier die Wizard, die füttern grad die Aether Gas Bees aber mit denen kannst du halt auch Mob Drops farm, dafür brauchst du halt diese Wannabes und das versuchen wir jetzt mal herzustellen. So, also. So, also. So. 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 So, jetzt geht's. Also. Neo Cook und Sugar Bag. Sugar. Habe ich nicht. Neo. Habe ich. Okay. Wie kriege ich denn die Sugar Bag? Wie kriegt man denn die Sugar Bag? Productive Bees. Sugar Bag. B. Ah, ich muss in den Jungle mit, okay, krass. Dann... Nature. Nature. Nee, ich hab grad nachgelesen. Also, du musst in den Dschungel und dort einen Jungle Tree bauen. Und an dem Jungle Tree musst du dann Coco Bees anbringen. What the hell? Das hier soll ein Dschungel sein? Oder ist wirklich nur dieser eine Baum hier Dschungel und das war's? Ja, dieser eine Baum hier ist ein Dschungel. Oh, und das hier ist auch ein Dschungel. Ja, also, man pflanzt dann anscheinend eine Coco dran oder diese Beans, lässt die auswachsen und dann macht man die kaputt und dann sollte so eine Biene rauskommen. Und da gucken wir jetzt einfach mal, wie wir das hinkriegen. Weil ich hab diese Wannabe gesehen und das soll die krankeste Loot Farm sein, die du bauen kannst. Oh, ja. Habt ihr gestern eigentlich noch den Nether Star? äh, den, den ATMs da hingekriegt? Ah, okay. Oh, ja. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Weißt du, ob der Server eigentlich mal wieder neu gestartet wird? Ich habe das Gefühl, der kackt langsam ab. Ich habe das Gefühl, der kackt langsam ab. Ich habe das Gefühl, der kackt langsam ab. Okay. 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 Jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Okay. 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 Das war's. Hey. Ich hab'n Plopp gehört. Danke, Frameskiller. Ich versuche grad' ausgewachsene Schokoladen-Bohnen-Dinger zu finden. Also die hier, ausgewachsen. Weil wir auf der Suche nach Sugar-Bag-Bean sind. Die brauchen wir für ein Rezept. Oh, guck mal hier unten. Cool. So, dann haben wir zwei. Packen wir hier einfach noch einen Waypoint hin. So. Oh Gott. Treats. Oh. So, die haben wir. Dann können wir eine Bebtole. Brauchen wir ein Neo-Coco. Neo. Bebtole. Fast alle. Seht sie? Yo. Ich habe mal eine, ähm. Es gibt eine Liste, die relativ aktuell gehalten wird. Und hier sind alle Add-Ons drin für BT-Craft, die ich, also ich habe fast alle im Einsatz. Aber die habe ich gerade mal in den Chat gepostet. Es. Dapp. Spannende Musik Okay. So. Ähm, du musst leider alle einzeln drunterladen. Gesamtdownload gibt es leider nicht. Und dann kannst du die einfach als Ressourcen-Pack nach und nach dann hinzufügen. Genau. Das funktioniert eigentlich recht gut. Ah, cool. Dankeschön. Also nur, wenn Zeit ist und das auch Sinn macht natürlich, ne? Ja, also ich, ich habe auch nur das, was ich gerne haben wollte. Und sonst funktioniert das eigentlich ja recht gut. Und. Ah. Das war's. Das war's. Und Diamant. Okay. Das war's. 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 Kacke, muss ich hier NPD NPD Und hier auch Okay, nice Also, das funktioniert Christ Christ ist das denn richtig das war nicht richtig das war nicht wieso gesten tun ich das war nicht 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 okay dann machen wir das anders Exporter 3 hier können wir einen hinsetzen und hier 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 Crafter, speed, treat So, die machen das dann immer hier rein. Der wird gespawnt und der grabt sich dann die Biene durch den Filter. Kabel. Und, wie heißt das noch, Iron. 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 So, das passt. Und, wie heißt das noch, Iron. Iron. Und, wie heißt das noch, Iron. Und, wie heißt das noch, Iron. So, Iron. So, Iron. Enkübe. Oh mein Gott. Okay. So. So. Speed. und Breeder drei Stück wow drei Stück Okay, dann stellen wir mal Rose her. Okay. 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 Ich glaube ich hatte 100.000 davon. Das ist echt problematisch. So kann man eigentlich... Gibt es einen Teebee, Fluxbee, Water, Coco, Fluoroid, Oily, Productive Bee, Flower. Woa... Wie? Schuss Wenn ich Dark Oak nehme Schuss Kuck 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 Das war's für heute. Kann man... 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 Verdammt Ja, ich Irgendwas, was schneller geht als das hier Irgendeine Blume eigentlich brauche ich nur Am besten natürlich Rosebushes, weil die habe ich In allen Rezepten drin Man könnte natürlich auch den hier verwenden Ja, ich könnte hier auch Die Insanium Farmland reinpacken Also hier habe ich Insanium Farmland Rose Oh, zwei Stücke Was ist das? Wie ist das? Oh, zwei Stücke Was ist das? Ja! Ja! Wow! Wie ist das? Fuo? Ja! Lef auch? Ja! Ja! So, ich will mal was ausprobieren. So, ich will mal was ausprobieren. Nee, äh, hier, den. So, wo haben wir es da? Speed. Nice, Glückwunsch. Bei mir hat es ewig und drei Tage gedauert. So, ich will mal was ausprobieren. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, gab es nicht von Refined Storage irgendwie sowas? Irgend so ein Upgrade? Irgend so etwas, was Gegenstände ins Inventar reinzieht. Also, wenn ich hier einen Drop auf dem Boden habe, weil ich will nicht den Absorption Hopper nehmen. Obwohl der natürlich am einfachsten wäre, der Vacuum Hopper. So, Thema Serie. Da sagst du was. Gibt es das auch? Dankeschön. Das habe ich gesucht. Iron. 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 Jonak Hopper. H�n. R grandparents. H Bau. Wer hat Fisch? So, Processing. Boom. So kriegen wir dann Rosebush. Boom. 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 Spannende Musik Geil. Das hat funktioniert. Breeder brauchen wir. Cages. Und Rose. Und das. Mega geil. Danke nochmal, das funktioniert absolut geil. Oh. 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 Ops. Xnet. 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 So So Ketchup brauchen wir Ich will jetzt hier Ich will jetzt hier Moment, also ich will die hier Die kriegen wir Oh, okay Die kriegen wir Bies Also kommt der Bereich hier eigentlich weg So Oh Okay. Oh. Haben wir hier noch eine Wrench? Okay. Prosperity B. Nice. Okay. Also. Hier kommt rein. Der Filter für die Prosperity. So. Dann kann. Bottler, Bottler. Okay. So. Äh. Den können wir auch weghauen. So. Create Export. Nice. Also. Das funktioniert. Dann brauchen wir jetzt. Butler. Zwei. Und Ruhe. Auf Wiedersehen. Danke. Oh, das ist alles. Das ist alles. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Building Gorilla. Gebt raus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nice. Also die Idee ist jetzt hier eine Hopperbee zu bekommen. Also die Idee ist hier eine Hopper zu bekommen. Schüsse 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 Okay Ähhhh French Wunsch. Crafter. Also. Hoppa. Und... Sch... Schalker. Also. Hoppa. Schalker. Guter. Speed. Schalker. 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 haben wir jetzt die beiden. Die beiden. Dispenser. Oh. Also. Hier sollte dann eine Biene rauskommen. Timer. So. So. Tintet. Oh. So. So. Crafter und Speed. Damit sollten wir ja die Hopper Beasts bekommen. So. 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 Amen. Oh. Range. Haben wir die da? Habe ich noch irgendwo Range Upgrades? Ah, hier. Collector B. So. Filter. Habe ich nicht. Filter. Äh. Ein Filter. Und zweiten Filter. Ah, verdammt. Grass. Das war's. Tintet. Hä? Wie kommt die denn dahin? Tintet. 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 Exporter Crafter Und Speed Und Range So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ok Kriegen wir auch noch Schalkers Harder B, nice Das dauert jetzt ein bisschen Und dann brauchen wir eine QB Oh Farmer B und Oh Gott Dann kriegen wir eine QB Ok So Sweat B und Lumber B Lumber Lumber B ist weg Oops Damit haben Welche kriegen wir? Die Rancher B Farmers B Lumber und Rancher B Ok Ok Was? Musik Ja Wollt Musik Kam Aus Achtung. ... 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 Dann haben wir das auch fertig. Die QB, Horda B. Horda B, nice. So, und wir wollten eine Wannabe. Was fehlt? QB und eine Horda B. Oh, ich dachte, das wäre auch eine Horda B. Okay, dann... Oh, Gott. So, wie kriege ich denn eine Rancher B? Die Lampe und Sweat. Lampe. So, wie kriege ich denn eine Rancher B? Ich bin Musiker. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott, Handy Oh Gott, Handy Okay, ich will jetzt noch eben abwarten, dass ich die Ranch Bee bekomme. Okay, ich will jetzt noch mal abwarten, dass ich die Ranch Bee bekomme. Okay, ich will jetzt noch mal abwarten, dass ich die Ranch Bee bekomme. Okay, ich will jetzt noch abwarten, dass ich die Ranch Bee bekomme. Ranch Bee, Webto-Bismol, Horder Bee. Ah, okay. Jetzt brauchen wir noch die Cabi. Okay. 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 Ah, wo ist sie denn? Okay. 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 Ach cool, dann haben wir die jetzt auch. Ach cool, dann haben wir das. Nice. So, kriege ich jetzt die Wanne. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Okay. 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 Oof. Oh. Da müssen wir dann nochmal gucken. Ein T8. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ... 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 Und bauen dann das neue einmal auf. Oh, wow. 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 Und da ist ein Geist. 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 Okay, das gibt es nicht. Schatz Snowball Dry Ice Okay Bis zum Ende Bis zum Ende Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Nooo... Untertitelung des ZDF, 2020 Das hier die Possessed... ... 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 Habe ich noch einen zweiten Dieb da... ... ... ... ... ... ... Ancient... Select... 4000... ... 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 Musik Okay, vielleicht ist die Geschwindigkeit zu hoch Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Nice, damit haben wir das. Okay. 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 So. Nice. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Bis zum nächsten Mal. 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 So, ich würde mal eben fix eine kurze Pause machen. Holt euch was zu trinken oder was zu essen und und und. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis zum nächsten Mal. 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 So. Da bin ich wieder. Ähm. Ich habe eben noch. Wäsche aufgehängt. Okay. Okay. So. 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 Dann bauen wir jetzt mal ein Wither. So. 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 Wir holen uns jetzt die ganzen Emberbees für das hier. So. So. Wir brauchen wieder eingesperrte Wither, weil wir endlich Wannabes haben. Und mit denen können diese eingesperrten Mobs abgefarmt werden, wodurch wir deren Loot bekommen. Und das ging sehr schnell. Der Wither hatte keine Chance. Nice. Also können wir die hier erstmal einfach drinnen behalten. Und mit denen vielleicht irgendwas anderes noch machen. Ich teste das mal weiter. So. 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 Okay. So. So. Okay, super. So. So. Mal kicken, was das wird. Mal kicken. Wie läuft denn das? Bei denen hier? Geil. So. 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 Okay. Okay. So. Ähm. Wir, wir. Okay. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wie heißt das? Das ist das Import Barrel Export Stack 5 Create Insert Uh... Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie heißt das noch? Untertitelung des ZDF, 2020 Wie heißt das noch? 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 Machen wir doch die Eier Biotic Blazing So, hier brauchen wir Iron und Goldbees Oh Oh So, hier ist das noch? 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 Dann können wir die hier noch einbauen. Dann können wir die hier noch einbauen. Oh. Dann können wir die hier noch einbauen. 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 So. 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 Den hier können wir demnächst irgendwann fertig machen. Was brauchten wir denn hier? Atem. So. So. Kann ich das in Structure? Um. 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 So, damit müssten wir alle Gene bekommen. Okay, dann... Gucken wir mal nach einer Sunken City. Wow, Mücke. Was zur Hölle Mücke? Huh? 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 Oh. Huh? 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 Kann ich hier irgendwo rein? Huh? 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 welcher war das? Diebling Warlock und Diebling Was bist du? Diebling Brut. War das Brut? Diebling Prist. Was bist du? Diebling, please. Was bist du? Warlock. Also Priest und Warlock. Den will ich auch noch haben. Was ist das hier? Warlock. Altar of Amethyst. Diebling Brut. Was bist du? Engler. Was bist du? Was kann ich denn mit dem Was ist das? Was ist das? Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! 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 Ups. 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 Ex-Exchange. Wir bauen jetzt hier eine Mobfarm. 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 Oh. Oh. Wir bauen jetzt hier eine Mobfarm. Windfall. Wie heißen die Teile? Wir bauen jetzt hier eine Mobfarm. 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 Ich brauche. Eins, zwei, drei Spawner. So, Spawner. Operator, drei Stück. So, Spawner. 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 okay also you Okay, Diamond haben wir nicht mehr. Cage. Okay, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Petter Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eh... Was... 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 Okay. Oh. Okay. So, was, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ah. Amnetis. So. Äh. Äh. Ja. Kann ich zwei Stück davon herstellen? Ja. 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 Oh Oh Okay, den Uh, so Oh Ah, für den Wizard Kompass brauchen wir das Ender Golem 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 Woher kriege ich das? Woher kriege ich das? Ah! So... ... 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 das weit weg ja, ja ich hab jedes Mal Probleme ich such irgendwas finde das und da ist doch nix bin ich im Himmel Hilfe deswegen wegen dir nutze ich ganz viel dieses random teleport ja bestimmt aber ich will die drei die drei Viecher hier haben im und ich will Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie viel Schaden mache ich mit dem? Ja, merke ich gerade. Ja, merke ich gerade. Ja, merke ich gerade. Alter, mir tun meine Finger weh. Ja, merke ich gerade. Ja, ich will den eigentlich selbst töten. Ich will, dass sie Schiebwind haben. Nein, das hast du ja schon. Aber ich glaube, ich upgrade mein Schwert mal. Damit ich das eben ein bisschen schneller machen kann. Wie viel Schaden hast du mit deinem Schwert schon? Oh, nice. Okay. 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 Now- Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! 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 Das war's für heute. 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 Ich glaube, das war's für heute. Nein, verdammt. Das war's für heute. 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 Für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Äh, hast du mal auf den Boden geschlagen mit dem Schwert statt in die... Nein, das macht ja echt nicht viel. Ja, du musst mal auf deine Mana achten, der zieht wie die Mana mehr ab. Ja, bei mir hat er die Mana abgezogen. Hast du diesen komischen Stein dabei, wo das Mana drinnen gespeichert wird? Ich hab 200.000 Mana drauf. Ja, weil das wird eigentlich immer erst von dem Stein abgezogen und dann aus dem Mana Pool. Schon klar, aber wie gesagt, ich hab ja 200.000 Mana oben drauf. Wird das denn bei den anderen Mobs abgezogen? Kann das sein, dass das nur bei, äh, echten Monstern funktioniert? Nötig. Nötig. Das war's. Glückwunsch Ich wollte jetzt mal gucken wie wie krank die äh denkstens Farben ist äh der Mobslauter Ich wollte jetzt mal gucken wie krank die äh der Mobslauter Oh. Das war doch ein wenig viel. Was denn? Ähm, ich hab grad so ein Upgrade für den, für das Mob Slaughterhaus gebaut. Und das war ein bisschen sehr groß. Was machst du? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wow. Guck mal. Da spawnen gleich was. Oh, es ist schon tot. Aber es wird leider kein Loot gespawnt. Schade. Ja, von daher wird er das auch mal was anderes empfehlen. Andere Schiene ein einzuschlagen. Wenn du halt Blut haben willst, ne? Ja, ja. Das ist ja das Wichtigste, sonst bräuchte ich den ja gar nicht. Ne, Ars, Ars, Ars Novo. Ars Novo. Ach, diese, ähm, Jarstar oder wie? Genau. Und da kannst du einfach Monster drin einfangen, oder wie? Jedes beliebige Monster. Okay. Ja, das muss ich mir dann wirklich nochmal angucken. Ne andere Idee wär noch, äh, die... zu gucken, ob man das in... Ember einsperren kann. Möchtest du gucken? Wäre noch mal eine Idee. Ja, wie gesagt, in die, 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 die Ars Novo, da trist ja, in die Jars, da trist halt den Loot noch komplett nach. Ja. Das ist halt eine komplett überbetriebene Looting- Loot-Farm noch. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob hier in dem Inventar halt noch was drin ist. So, was kriege ich von denen? Cutter... Klöße. Oh, ich glaub, ich hab auch den falsch gebaut. Das kommt gut. Äh... Hier ist ein Hühnerspawner. Äh... Ja, der hat Gründe. Ja, da kann man dann mal eben fix einfach, äh, den anschalten. Und, äh... sich die Sachen holen. Also, die, die Spawn-Ecks. Ja, da kann man dann mal eben fix hier. Wenn's welche gibt. Äh... Ja, genau. Aber bis jetzt hatte ich immer Glück. Oh Gott, was hast du'n da gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Wo fällt mir der Loot raus? Ja, der kriegt ja auch mal Zero-Schaden, ey. Ich hab irgendwas gezaubert. Mit Rechtsklick gedrückt halten. Kann man ja irgendwie ne Kugel spawnen. Ja, ich hab irgendwas gezaubert. Okay. Hast du dein Schwert eigentlich schon verzaubert, das... Mau? Nö. Hm. Noch nicht. Das probier ich doch mal aus. So. Eben verzaubern. So. Eben verzaubern. Oh Gott. Machst du ja sehr Fischer ab, du. Ja. 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 Also jetzt steht bei mir auch, dass ich 216 Attack Damage hab. Denn meine Haare dir nichtakan. Das macht mich echt zuvallern. IchAT adrenalin. Dürfej Will. So. Oh. Geh, bei dem hier. Holy. Und mit dem hast du halt auch nicht viel Schaden gemacht. Nö, nö. Ah, das ist doch. Zumindest bei dem. Ja, bei dem echten habe ich auch kaum Schaden gemacht. Vielleicht zählt der einfach nicht zu dem Mobcap dazu. Weil es zu dem Schwert. Vielleicht. Vielleicht. Okay. Ja, weil bei den Villagern kannst du ja echt so reinheimern. Da zieht er auch die, ähm, das Mana ab. Ja. Ja. Ja, das habe ich gemacht, damit ich, ähm, die Bienen da drinne spawnen kann. Weil die fangen dann den Wizard ein und dann, aber das könnte ich jetzt mal ausprobieren. Das könnte ich zum Beispiel auch nicht mit dem Arcelover machen. Was genau? Ja, in dem, in dem, in dem Glas, in dem Jar. Ja, das muss ich mir wirklich noch angucken. Ja. 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 Also da, also, das warst du. Ich dachte, du hast eine Biene geschlagen. Du hast eine Biene geschlagen. Nein. LALD. Na, toll. Geil. Jetzt, ja. Dann hab ich mich auch noch nie beschäftigt, na gut. Das habe ich mir heute einfach, äh, äh ne, gestern angeschaut. ich wollte ja diese äthergas bienen bauen und die mussten irgendwie mit nether oder mit mursa gefüttert werden ich hätte es auch draußen lassen können ja und dann kann man das den irgendwie den bienen vorsetzen dankeschön also das ist wirklich bescheuert ja mach das ich suche jetzt noch den rest von den viechern ja genau und dieses factory viech ja 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 Oh, sieht das blöd aus. Okay. So, dann brauchen wir jetzt 30 Wannabe-Bien. So, Cage. So, dann brauchen wir jetzt 30 Wannabe. So, dann brauchen wir jetzt 30 Wannabe. Oh, das ist natürlich jetzt peinlich, Tribide. Oh, das ist ja. Das ist productivity, ja 64 Stück. Welche Eier kommt? Blazing Crystal. Oh. 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 war das doch, naja. Ich habe nämlich, ich war schon mal sehr weit weg, und habe die Chance gleich genutzt. Und habe mich hier in Porta hingestellt, damit ich Sicherheits-Cyber auch noch Gebiete habe, wo Tronic noch nicht unterwegs war. Also das ist eine Safety-First-Percussion. Oh, Löwen. Ich bin auch nur 10.000 Blücke von vom Spawn weg. Also das sollte ja reichen, ne? Und da baue ich gleich auch ein Nether-Portal. Äh, nee. Nee, End muss ich ja so oder so, ne? Aber ich habe mir auch noch, ne? Ja. Und da? Und da? Ja. Und da? Und da? Ja. Und da? Ja. Ja. Sollte Das war's. Har du gut. Pfff! Yo! Jetzt geht's wieder los! Das war's. 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 What's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Happy birthday. Das war's. Gut. Das war's. 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 Okay. Das war's. Fun- Okay. Okay. Dann brauchen wir. Das war's. Oh, crap. Das war's. Das war's. Okay. 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 Das war's. Das war's. Okay. 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 Oh, okay. Das war's. Das war's. Okay. 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 Oh, okay. 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 Okay.